Mein Ergebnis war der 2.0 Liga die Städte von Ferien. Kostet vor Mühlhausen gegen Klinghausen 2 zu 9. Und wir sind jetzt, wenn man gewinnen wird, werden wir einen Punkt an Mühlhausen genommen und 2.5 gegen Klinghausen steht 8 zu 5. Und den Begermann der Freibachmeister gibt es schon wieder. Applaus 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 Go! 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 Trenyao! 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 La scusa! Trenyao! 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 Vielen Dank.